Mein Führer, die Damen aus Berlin sind da. Noch irgendwelche Fragen? Der Führer wird Sie zuerst begrüßen und Sie antworten dann nur, hi, mein Führer. Es muss wieder Schwung in die Sache. Möglichst unbefangen. Wollen wir sehen, ob er Zeit für Sie hat. Gut. Also dann gute Reise. Wir müssen jetzt handeln. Mit dem Angriff steilt das, wird das alles in Ordnung kommen. Ohohohoho, hohohoho, hohohoho. Hohohohohoho.